Nein, es gibt noch gar nichts zu vermelden. Es gibt auch noch keine Tendenz. Ich habe das auch gelesen, dass es in der Zeitung stand mit Elversberg, wobei ich da sagen muss, weder mein Berater noch ich haben im Moment mit Elversberg gesprochen. Mein erster Anspruchspartner ist und bleibt der 1. FC Saarbrücken. Da werde ich zuerst sehen, wie es da weitergeht und dann werde ich mich um alles andere kümmern. Natürlich ist es klar, dass man sechs Wochen vor Saisonende Augen und Ohren so ein bisschen offen hält, aber ich denke, das ist normal in dem Geschäft. Aber mein erster Anspruchspartner ist und bleibt der 1. FC Saarbrücken.